Dem FC Bayern droht die erste titellose Saison seit ner Ewigkeit. Thomas Tuchel wird völlig zurecht kritisiert. Seine Idee, die Defensive an erste Stelle zu setzen, passt einfach nicht zum Verein. Erst gegen Bayer Leverkusen, statt an die eigenen Stärken zu glauben, hat man sich sehr deutlich an den Gegner angepasst. Die 3-4-3-Formation wurde gespiegelt. Und so hat man die eigene Struktur komplett zerstört. Jetzt gegen Lazio Rom hat's keinerlei Idee in der Offensive gegeben. Dafür individuelle Fehler in der Abwehr. Es fehlen die Automatismen, eine klare Idee, an der man sich orientieren kann. Zwei Niederlagen in Folge, ohne selbst ein Tor geschossen zu haben. Das gab's zuletzt 2015. Viele Trainer tun sich in München schwer. Die durchschnittliche Amtszeit liegt bei 1,5 Jahren. Und dann sind sie raus. Oft heißt es, sie hätten die Kabine verloren. Deshalb will ich mit euch über das große Ganze reden, die Kaderplanung. Thomas Müller ist am Wochenende richtig sauer gewesen und hat geschimpft. Es fehlen die Eier, ohne Mut und zu verkopft wird gespielt. Und die Spieler, ja, die kommen mit dem Druck nicht klar. Es klingt zwar populistisch, wenn ich das sag, aber ist der FC Bayern untrainierbar? Ja oder nein? Schauen wir uns das mal an. Los geht's. Als Erstes sollten wir über die Philosophie reden. Ach, und lasst gern ein Abo da, wenn ihr mehr Content haben wollt. Vor kurzem hat's hier zum Beispiel ein Trikot-Ranking mit den besten Bayern-Trikots ever gegeben. Ich verlinke euch das später in der Endcard. Und für das Abo könnt ihr einfach unten auf den Button drücken. So, beim FC Bayern gibt's ne klare Hierarchie. Sie ist relativ oldschool, was nicht automatisch schlecht sein muss. Die Chefetage hat bei der Kaderplanung die volle Macht. Der Sportvorstand steht an der Spitze. Er erstellt die Philosophie und setzt sie um. Gerade ist der Posten vakant, das wird sich jetzt aber bald ändern. Dieser Sportvorstand kann halt nicht tun und lassen, was er will. Denn der Aufsichtsrat hat ne ganz entscheidende Rolle. Er gibt das Budget frei. Und die großen Transfers müssen noch mal abgesegnet werden. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sind da mit dabei. Sie wollen natürlich einen großen Einfluss haben. Das ist ihr Verein, sie sind sehr aktiv, was bei den Bayern normal ist. Was sich aber von der Konkurrenz dann doch deutlich unterscheidet. Für den Trainer ist es nicht ganz so leicht. Er darf zwar Wünsche äußern, aber es werden bei Weitem nicht alle erfüllt. Er muss halt dann das Beste draus machen. Thomas Tuchel ist aus England ein ganz anderes System gewohnt. Beim FC Chelsea hat er im Großen und Ganzen den Kader gebaut. Was er gesagt hat, wurde getan. Marina Granovskaia hat sich dann bei den Verhandlungen vor allem ums Finanzielle gekümmert. Tja, jetzt hat es beim FC Bayern den Ausschuss Sportübergangsweise gegeben. Da waren alle wichtigen Personen im Verein drin und sie haben gemeinsam den Kader gebaut. Es gibt ja eine klare spielerische DNA. Und das ist Beibesitz, Fußball. Aktiv sein, das Spiel dominieren und kontrollieren. Das klingt jetzt relativ oberflächlich, aber so wird's immer offiziell gesagt. Die Idee ist, der Kader ist darauf ausgelegt. Egal, wer der Trainer ist, den muss man dann auch nicht groß ändern. Und das wird relativ stringent durchgesetzt. In der Theorie klingt das super. In der Praxis ist es deutlich schwerer, denn der Fußball wird komplexer. Man braucht Spezialisten, um den Stil des Trainers. Und da gibt's ja ganz viele verschiedene Facetten, dann auch konsequent spielen zu können. Tuchel hat analysiert. Das größte Problem ist die defensive Absicherung. Da hat er auch recht gehabt. Also, er muss Stabilität reinkriegen. Die Idee war, eine Holding Six zu verpflichten, also einen Spieler, der das Zentrum dicht macht und die Position hält. Das Positive daran wäre gewesen, die Kollegen um ihn herum hätten deutlich mutiger und offensiver agieren können. Die Kommunikation öffentlich ist halt schwierig gewesen. Tuchel hat immer gemeint, ja, er braucht diesen Spielertyp. Und der Fein hat gemeint, nee, der Kader ist doch super, improvisiere lieber. Ich hab da seinen Fuß schon verstanden, denn ohne Sportvorstand gibt's keine klare Vision. Sie haben nicht kapiert, wie wichtig diese Rolle ist. Es fehlt ein Spieler, der Defensiv-Zweikämpfe führt. Da hab ich mal ein paar Statistiken rausgesucht. Und zwar Joshua Kimmich im Vergleich zu anderen Sechsern. Declan Rice, Casemiro, Palinja. Es fällt schon auf, im defensiven Drittel führt er nur halb so viele Zweikämpfe wie weiter vorne. Bei den anderen ist der Unterschied nicht so gravierend. Sie denken, Defensiver bleiben da. Das liegt natürlich auch daran, wie der Verein spielt und wie sie ihre Rolle interpretieren. Im Best Case bräuchte man jemanden, der Kimmich den Rücken frei hält. Am Deadline-Day hat's dann plötzlich die Info gegeben, oh, Joao Palinja ist da, er wird doch noch geholt. Am Ende ist es gescheitert, weil Fulham so kurzfristig keinen Ersatz gefunden hat. Ohne diesen klassischen Sechser tut sich Tuchel wirklich schwer, diese Defensive zu stabilisieren. Ich hab mal zum Vergleich die Bundesliga-Statistik ausgesucht. Vorsaison, aktuelle Saison. Jetzt hat man sogar ein Tor mehr kassiert. Dafür sind die Expected Goals ergänzt ein bisschen geringer. Das ist aber wirklich nur minimal. Es hat sich nicht wirklich verbessert. Wir wissen, der FC Bayern hatte in den letzten Jahren immer wieder Probleme mit der Absicherung. Im Kader fehlt die Balance. Es gibt zu wenige Spieler zentral, die defensiv denken. Mein Gefühl ist, der FC Bayern muss sich generell ein bisschen stärker anpassen, dem Trainer mehr Macht geben. In Zukunft sollte man checken, was braucht er, um erfolgreich zu sein. Bei Bayer Leverkusen hat man das mit Xabi Alonso 1 zu 1 so gemacht. Bei ManCity läuft das schon seit vielen Jahren so. Pep Guardiola hat dadurch auch die Champions League geholt. Man sollte auch mal Wünsche erfüllen und eben nicht nur streiten, bis es irgendwann zu spät ist. Das wäre eine modernere Hierarchie. Was auch zur Philosophie gehört, ist die Kaderbreite. Beim FC Bayern ist es ein traditionell kleiner Kader, insbesondere bei den absoluten Weltklassespielern. Man versucht, einen Kompromiss zu finden. Das ist gar nicht mal so leicht. Zum einen geht's um die Stimmung. Die Stars sollen zufrieden sein, weil sie regelmäßig spielen. Es dürfen nicht zu viele den Anspruch haben, jedes Mal in der Startelf zu sein. Zum anderen geht's um den Konkurrenzkampf. Die Stars brauchen Druck. Es darf keine Wohlfühloase sein. Die Intensität im Training muss man hochhalten. Sie müssen gefordert werden. Die Reservisten sollen auf jeden Fall Druck machen. Um möglichst gut diesen Kompromiss zu packen, hat sich der FC Bayern ein Konzept überlegt. Und das insbesondere in der Defensive. Polyvalente Spieler. Sie sind vielseitig einsetzbar. Auf mehreren Positionen können sie ran, ohne dass ihre Leistung einbricht. Je nachdem, wo sie gebraucht werden, dürfen sie spielen. So kann man sie bei Laune halten, weil sie regelmäßig Einsätze bekommen. Das Problem ist, wenn du so einen Spieler abgibst, sind plötzlich zwei Positionen vakant. Und aus einem dünnen Kader wird ein sehr dünner Kader. Lucas Hernandez konnte als Innenverteidiger und Linksverteidiger ran. Er war zwar oft verletzt, aber wenn er mal fit war, wurde er wirklich hin und her geschoben. Jetzt ist er bei Paris Saint-Germain. Benjamin Pavard, genau das gleiche Spiel. Er konnte als Innenverteidiger und Rechtsverteidiger ran. Er war genervt, hatte ich das Gefühl, weil er lieber dauerhaft innen spielen wollte. Und deshalb ist er weg. Ja, jetzt spielt er bei Inter Mailand. Wer keinen Bock auf den Verein hat, soll gehen. Das ist schon okay. Das Problem darin ist, dass auf dem Transfermarkt zu wenig gemacht worden ist. Am Ende des Sommerfensters hatte man noch drei Innenverteidiger, einen Rechtsverteidiger und zwei Linksverteidiger, die die sportliche Qualität besitzen, wirklich zu helfen. So kann man auf Verletzungen oder Sperren nicht reagieren. Man kann die nicht auffangen, sondern muss positionsfremd Spieler aufstellen. Es ist natürlich schwer, polyvalente Spieler zu finden und zu verpflichten, aber hier hat die Weitsicht gefehlt. Was ich zeigen will, ohne sie, ist so ein dünner Kader viel zu riskant. Thomas Tuchel hat bestimmt Ideen gehabt, wie man die Bayern defensiv stabilisiert. Aber das klappt nicht, wenn der Kader zu dünn ist und der Spielertyp, den man braucht, fehlt. Die Bayern geben die Philosophie vor. Der Kader ist unrund. Und Mitschuld hat das ganze Chaos im Sommer, als Braco und Kahn gefeuert worden sind. Versteht mich bitte nicht falsch, die Entlassungen waren komplett gerechtfertigt. Aber mit diesem Transfergremium konnte man auf dem Markt nur noch reagieren, statt zu agieren. Das hat unstrukturiert gewirkt. Defensiv ist die Spitze und die Breite schwächer als in der Vorsaison. Es hat den Verein gelähmt und die Konsequenz ist, dass der Kader, wie gesagt, nicht ausbalanciert ist. Beim FC Bayern gibt's theoretisch auch im Kader eine klare Hierarchie. Es wird oft über die Bayern-Mentalität geredet. Das Mir san mir. Das heißt, er kurz übersetzt, man soll eine breite Brust haben, Selbstbewusstsein und immer die Gier zu gewinnen ausstrahlen. Dafür sind die Führungsspieler wichtig. Sie sind das Gerüst und genau das wirkt gerade sehr fragil. Hier ist die Aufstellung, ein 4-2-3-1. Meiner Meinung nach die Beste, sollten alle fit sein. Aber wer ist da denn wirklich ein Leader? Das ist natürlich sehr subjektiv, aber ich würd sagen maximal drei. Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Harry Kane, das sind so wenige. Im Spiel müssen sie den taktischen Plan umsetzen, alles im Blick haben, Anweisungen geben. Sie müssen motivieren, die anderen mitziehen. Sie sind, wenn man so will, der verlängerte Arm des Trainers. Das Problem darin ist, sollten sie fehlen, wirkt es führungslos. Im Ballbesitz zu langsam, zu statisch und vielleicht haben die Bayern den Matchplan. Da bin ich mir sicher, aber das scheitert in der Umsetzung. Viel Stückwerk ist dabei, das ist zu verkopft, und einige wirken ratlos, wenn's mal ein bisschen Druck gibt. Jeder ist da mit sich selbst beschäftigt. Es gibt kaum jemanden, der den Blick aufs ganze Feld hat und dann auch mal ordnet. In der Kabine ist Thomas Müller ein Leader. Er motiviert, ist fürs Zwischenmenschliche superwichtig, der dann auch mal den Finger in die Wunde legt. Aber danach wird's sehr schnell sehr dünn. Vor allem, wenn er wenig spielt, kann er halt während des Spiels überhaupt nicht helfen. Intern wird auch kritisiert, dass es zu wenige Leader gibt. Karl-Heinz Rummenigge hat im Sommer gesagt, wir haben in den letzten zwei Jahren ein bisschen die Hierarchie verloren. Okay, also, wer ist schuld daran? Schauen wir uns auch mal die aktuelle Situation an. Punkt eins ist, dass die Leader degradiert werden. In der Kaderplanung überlegt man sich natürlich, wer diese Rolle übernehmen kann oder wer dann irgendwann hineinwächst. In der Defensive ist es am deutlichsten zu sehen. Da fehlt ganz klar ein Abwehrchef. Und das, obwohl Potenzial da wäre. Matthijs Tillrich ist Kapitän bei Ajax Amsterdam gewesen. Er ist intelligent und in der Vorsaison ist er vorangegangen. Da hab ich noch ne Aktion im Blick, und zwar gegen PSG. Da hat er mit ner Grätsche den Ball von der Linie gekratzt, weil er einfach richtig gut antizipieren kann. Jetzt wird ihm plötzlich nicht mehr vertraut. In der Bundesliga ist De Ligt fünfmal in Folge in der Startelf gestanden. Ja, da sind so ein paar Wackler drin gewesen, so wie bei jedem anderen auch. Im Topspiel sitzt er dann aber plötzlich auf der Bank. Und da kommt man sich natürlich verarscht vor. Es gibt ne interessante Statistik. Wenn De Ligt in der Bundesliga auf dem Platz steht, braucht der Gegner durchschnittlich mehr Minuten, um Tor zu schießen. Also defensiv passt es eigentlich. Das Problem ist, im Ballbesitz versucht er seltener vertikal zu spielen. Sein Aufbau ist ein bisschen langsamer und er setzt die spielerischen Elemente nicht so um wie gewünscht. Den Eindruck kann man zumindest bekommen. Und da ist schon ein Muster zu sehen. Bei Tuchel bekommt man das Gefühl, dass er mit allen unzufrieden ist. Er ist eben nicht mehr schockverliebt wie am Anfang. Er degradiert andauernd die Leute. Joshua Kimmich ist fit und trotzdem sitzt er im Topspiel auf der Bank. Thomas Müller kassiert Sprüche so nach dem Motto, hey, das heute war kein Spiel für ihn. Und das, obwohl er immer wieder wichtige Impulse setzen kann. Sie können dem Fußball mit und ohne Ball ne Struktur geben. Und trotzdem verzichtet er darauf. Vielleicht unterschätzt er die Konsequenzen. Denn die Spieler müssen an den Trainer glauben. Sie müssen an seine Idee vom Fußball glauben. Ja, mein Eindruck ist, dass viele das eben nicht tun. Und das sieht man dann an den Leistungen. Es gibt ein Führungsvakuum im Kader. Es gibt zu wenige Führungsspieler, die dann auch wirklich auf dem Platz sind. Und so entsteht dann sehr schnell der Eindruck, dass das kein Team ist, beziehungsweise wie gesagt, viel Stückwerk. Was klar sein sollte ist, Tuchel ist nicht alleine schuld. Punkt zwei ist, dass die Leader vergrault worden sind. Beim FC Bayern weiß man oft erst, wie wertvoll jemand ist, wenn er weg ist. Hashtag Wertschätzung. In der Kaderplanung will man immer wieder neue Impulse setzen. Und das ist schiefgegangen. David Alaba ist als Abwehrchef extrem wichtig gewesen. Ein polyvalenter Spieler, Linksverteidiger, Innenverteidiger. Er konnte auch im zentralen Mittelfeld spielen und so dann logischerweise Anweisungen geben, beziehungsweise er konnte das ganze Spiel ordnen. In der Trippelsaison ist er einer der besten Spieler der Welt gewesen. Den Vertrag hätte man durchaus verlängern können, aber beim Angebot gab's dann den Schock, oh, das Gehalt ist ja deutlich geringer als bei den anderen Führungsspielern. Geld ist nur ne Zahl, darum geht's primär gar nicht. Was viel wichtiger ist, ist die Hierarchie. Und die Bayern-Bosse haben gezeigt, du bist uns weniger wert als der Rest. Deshalb ist Alaba ablösefrei zu Real Madrid gegangen, um dort noch mal die Champions League zu gewinnen. Die Bayern haben in den letzten Jahren absurd viel in die Defensive investiert. Allein was die Ablösen angeht. Über 300 Millionen Euro. Keiner von ihnen hat nachhaltig diese Rolle übernehmen können. Das ist ein Fehler der Bosse. Sie haben gesehen, okay, ein Leistungsträger ist weg. Ohne dann einen Blick darauf zu haben, wer fängt das denn auf? Nicht nur sportlich, denn kicken können die alle, sondern insbesondere charakterlich. Das hat man unterschätzt und das sieht man jetzt. Natürlich können wir das viel kritisieren. Wichtig ist, das schnell zu ändern und ne Lösung zu finden. Thomas Tuchel wurde im Sommer darauf angesprochen, ob man denn zu wenige Lieder hat. Er hat sich dann auf die Zunge gebissen und stattdessen das hier gesagt, Zitat, Wir versuchen, eine Achse zu bilden und Führungsspieler herauszubilden. Sehr diplomatisch. Das Problem ist, dass er halt nur sehr kurzfristig denkt. Bleiben wir mal beim Thema Abwehrchef. Jerome Boateng ist zu dem Zeitpunkt vereinslos gewesen. Er hat ein Probetraining bekommen, der Trainer wollte ihn unbedingt. Er wäre eine Autoritätsfigur in der Kabine gewesen. Sein Wort hätte man gehört. Und das Spiel in der Defensive hätte er auch organisieren können. Aber, und das muss man hier ganz klarstellen, es ist gut, dass der Verein ihm keinen Vertrag gegeben hat. Denn es gibt ja so private Storys mit den Ex-Freundinnen. Da ging's um Machtmissbrauch, Untreue und Körperverletzung. So jemanden im Bayern-Trikot zu sehen, das wäre im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlag ins Gesicht. Jetzt im Winter hat man eine Alternative gefunden. Eric Dyer, und zwar per Leihe von den Tottenham Hotspurs. Er ist direkt gesetzt. Und ich hab ihn im Spiel gegen Gladbach ein bisschen beobachten können. Die Präsenz, das Selbstvertrauen, die Erfahrung, das ist schon gut. Das ist genau das, was die Kollegen brauchen. Er gibt ihnen Halt. Auch wenn's spielerisch noch nicht so ganz passt. Er spielt beispielsweise viele lange Diagonalbälle. Das wird sich aber noch ändern. Tja, was ich mich frage, ist, wie nachhaltig ist das? Er ist natürlich nur eine Notlösung. 30 Jahre alt, bald wahrscheinlich wieder weg. Der FC Bayern ist ein fragiles Gerüst. Und da braucht man eine langfristige Lösung. Es sind zu wenige Leader da. Und dadurch, ja, fehlt eine klare Hierarchie. Es gibt eine Unsicherheit, insbesondere in der Defensive, viele individuelle Fehler. Und mit dem Druck kommen einige nicht klar. Die knicken dann ein. So entsteht dann auch schnell der Eindruck, dass da keine echte Einheit auf dem Platz steht. Der FC Bayern definiert sich über Ballbesitz-Fußball. Dominant sein, ständig die Kontrolle haben. Und genau daran hakt es gerade. Der Fußball ist zu statisch. Man zockt nicht, es ist keine Spielfreude zu sehen. Sondern ja, alles einfach sehr langsam und unkreativ. Wer ist schuld daran? Na ja, schauen wir uns doch jetzt einfach mal die Statik im Ballbesitz an. Und da ist insbesondere das Zentrum ganz entscheidend. Der FC Bayern hat in der Kaderplanung viele athletische Spieler geholt. Achter, die offensiv denken, den Körper dann noch mal reinstellen, aber diese filigranen Techniker fehlen. Das kann schon irgendwie klappen im Ballbesitz. Aber es ist halt auch riskant. Und das hat man im Topspiel dann gesehen. Im zentralen Mittelfeld waren die Jungs überfordert. Im Ballbesitz waren Goretzka und Pavlovic auf einer Linie. So entstand keine Dynamik. Gegen den Ball attackierte einer, aber der andere half nicht konsequent. Erst als Kimmich reinkam, inklusive einer taktischen Umstellung, wurde es da ein bisschen ruhiger und kontrollierter. So kommen wir wieder zum Thema Führungsspieler. Im Kader gibt's ja theoretisch jemanden, der hätte in diese Rolle wachsen können. Aber Anspruch und Realität klaffen er ganz weit auseinander. Leon Goretzka ist im Training vor Kurzem sehr laut gewesen. Schrie da, ich dreh durch, ey. Da ging's um einfache Ballverluste seiner Kollegen. Die hatten ihn gestört. Und das war eine öffentliche Einheit. So, und dann liefert er im Topspiel so eine Leistung ab. Ja, da merkt man einfach, er tut sich spielerisch selbst sehr schwer. Ich hab mal die Pässe pro 90 Minuten rausgesucht. Joshua Kimmich ist natürlich die ganz klare Nummer eins mit dem Schnitt knapp 82. Leon Goretzka und Alexander Pavlovic sind auf einem okayen Level dahinter. Das sind die, die am häufigsten zentral gespielt haben. Deshalb hab ich die mal ausgewählt. Was ist grundsätzlich wichtig? Na ja, sie müssen miteinander harmonieren, kombinieren und den Ball auch mal laufen lassen. Was krass ist, bei dieser Kombi, Goretzka und Pavlovic haben ja zuletzt immer wieder zusammen gespielt, geht man ja automatisch davon aus, dass der erfahrene Spieler führt. Aber mein Gefühl ist, dass er nicht in diese Rolle wächst. Also, die Pässe bleiben von der Anzahl und von der Qualität auf einem gleichen Level. Es geht ja zusätzlich dann noch ums Freilaufen, ums richtig positionieren und dann Ideen im Spielaufbau zu haben. Ja, das Problem ist, ein strukturiertes Kurzpassspiel ist mit diesem Kader so nicht möglich, meiner Meinung nach. Leon Goretzka ist eher ein Box-to-Box-Spieler. Der sucht die offensiven Räume, geht ins vordere Drittel, wartet da und im Spielaufbau hat er nicht seine Stärken. Sollte er sich nämlich mal zurückfallen lassen, gibt's den Druck des Gegners und da trifft er oft falsche Entscheidungen beziehungsweise macht sehr leichte Fehler. Da wären Führungsspieler wichtig. Und es gibt nur einen, das ist Kimmich. Er ist gerade selbst in einer schwierigen Situation. Die Form ist eher semi-gut und das merkt man schon. Naja, keiner kann das so richtig auffangen. Trotzdem, ihn im Topspiel rauszunehmen, das ist, boah, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Jetzt geht's darum, ihn aus dem Loch zu holen. Und mein Gefühl ist, Kimmich braucht weniger Aufgaben. Er sollte sich mehr auf die Offensive konzentrieren und da bräuchte er jemanden, der absichert beziehungsweise ein bisschen hinter ihm ist. Da wäre, sogar ein Kandidat da, Alexander Pavlovic. Das ist ein Allrounder, der positioniert sich tiefer als der Rest. Das könnte die perfekte Kombination sein. Er wäre im Spielaufbau dann vielleicht sogar der Übergang. Ich hab mal eine Statistik rausgesucht, und zwar die defensiven Duelle pro 90 Minuten. Leon Goretzka und Joshua Kimmich sind auf einem ähnlichen Niveau. Aber Alexander Pavlovic macht doppelt so viele Duelle wie der Rest. In den Zweikämpfen ist er zwar noch ein bisschen ungeschickt, und ja, ich würd's trotzdem mal probieren. Das Potenzial, ein guter Sechser zu werden, hat er auf jeden Fall. Von daher, ziehen wir da mal ein Fazit. Bei den Bayern-Trainern hat man zuletzt verschiedene Stile gesehen. Julian Nagelsmann eher mit einem hektischen Ballbesitzfußball, mit dem Ziel, schnell vertikal zu spielen. Da ist dieses Defizit im geregelten Spielaufbau überhaupt nicht aufgefallen, weil einfach weniger kombiniert wurde. Thomas Tuchel will einen ruhigeren Aufbau. Das Ziel des Startes ist, das Spiel zu eröffnen. Klare Rollen und Positionen sind vorgegeben, und so will man sich die Chancen kreieren. Aber hierfür, na ja, fehlt einfach die Ruhe und die spielerische Qualität meiner Meinung nach. Da gibt's ne krasse Statistik. Tuchel ist seit 43 Pflichtspielen Bayern-Trainer und hat zehnmal verloren. Nagelsmann wiederum hat für die gleiche Anzahl an Niederlagen 84 Pflichtspiele gebraucht. Es ist schon so, dass jemand als Backup im Kader fehlt, der dem Spielaufbau Struktur verleiht und der die Führung übernimmt, falls Kimmich mal ausfällt oder falls er in einem Formtief ist. Ein anderes Problem sind die Leistungsschwankungen. Eigentlich ist es ja ne Luxussituation in der Offensive. Leroy Sani ist ein toller Fußballer, ein Individualist, der gute Leistungen zeigt. Aber die Konstanz ist ein großes Ding. Er kann das nicht über ne ganze Saison wirklich zeigen. Es schwankt hin und her. Manchmal ist er genial und manchmal wirklich ein Totalausfall, um's mal drastisch auszudrücken. Tuchel mag ihn und meint, er ist halt ein sensibler Spieler, man muss sich mit ihm beschäftigen und sich um ihn kümmern. Ja, aber eigentlich sollte man so was doch intern in der Kabine regeln. Sich gegenseitig motivieren, anstacheln, aber anscheinend passiert das nicht. Ein Beispiel gegen Bayer Leverkusen, der erste Gegentreffer für mich, das Paradebeispiel. Der Einwurf wird schnell ausgeführt, Sani pennt, verteidigt nicht richtig, lässt dann frei flanken. Und das ist der Startner Fehlerkette. Tja, und was passiert? Guretzka regt sich dann nach dem Gegentor tierisch auf, zeigt mit dem Finger auf ihn und ist richtig wütend. Ja, das verstehe ich ja. Aber warum ist man denn die ganze Zeit so negativ? Baut doch mal den Kollegen auf, unterstützt ihn und macht ihn nicht fertig. Denn insbesondere in dieser Situation haben so viele Spieler gepennt und es gab mehr als einen Fehler. Bei Sané ist der Charakter halt so, wie er ist. Er kriegt's nicht in den Griff, konstant zu spielen. Das ist definitiv ne Schwachstelle im Kader, wenn diese intrinsische Motivation fehlt. Er braucht immer Hilfe von außen, um auf den Peak zu kommen. Ja, und dann haben wir noch ein anderes Problem, und das sind die Verletzungen. Das kommt ja in dieser Saison noch dazu. Der FC Bayern hat richtig viel Pech. Ich hab ne Statistik rausgesucht. Und zwar in der Hinrunde die Verletzungen. Im Schnitt ist ein Spieler 35 Tage ausgefallen. Das ist der Spitzenwert in der Bundesliga. Naja, in dieser Rangliste ist man zwar relativ oft weit oben mit dabei, aber so schlimm war's schon lange nicht mehr. Zum Vergleich, in der Vorsaison hatte man eine Ausfallzeit von dem Schnitt 23,5 Tagen. Und da war man auf Platz neun in der Rangliste. So ist es halt schwer, sich wirklich einzuspielen. Am heftigsten hat's die Defensive getroffen. Man konnte keine zwei Spiele in Folge mit der identischen Kette antreten. Leon Goretzka ist in der Champions League gegen den FC Kopenhagen plötzlich nach hinten gerückt. Von seiner Statur her passt es schon. Er ist körperlich robust, in der Innenverteidigung kann er sich da behaupten. Und man hat ja auch kein Gegentor kassiert. Von daher ne solide Leistung von ihm. Nonstop ist man am Improvisieren. Es wird alles über den Haufen geworfen und Kontinuität geht so gar nicht. Alternativ kann man auch über den Rechtsverteidiger sprechen. Wobei's da vor allem daran lag, dass man nen dünnen Kader hat. Konrad Leimer ist ein Teamspieler, eigentlich auch ein zentraler Mittelfeldspieler, und will einfach nur spielen. Da hat er ausgeholfen. Eigentlich ist er pressingstark attackiert, hat hohe Ballgewinne und deshalb ist er da rechtsaußen völlig verschenkt, weil er nicht direkt dann vertikal in die Spitze spielen kann. Dieses Experiment ist wahrscheinlich vorbei. Ja gut, er hat sich verletzt und es ist ja ein Ersatz verpflichtet worden. Da muss man den Trainer auch mal in Schutz nehmen, denn Leistungsschwankungen bei den Spielern, die gibt's seit Jahren, egal wer der Trainer ist. Und die Verletzungen, ja, das gab's tatsächlich so selten. Vielleicht braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit, um den eigenen Stil zu finden. Es ist auf jeden Fall sehr chaotisch, seit Tuchel da ist. Es kristallisiert sich noch nicht so wirklich ne Startelf heraus, die dauerhaft spielt und auf die er setzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass man diesen langweiligen Fußball sieht. Beim FC Bayern wird sich jetzt dann etwas in der Chefetage ändern. Ein neuer Sportvorstand kommt. Es ist höchstwahrscheinlich Max Eberl und es gibt einige Dinge, die er anpacken muss. Geh mal die doch mal kurz durch. Punkt eins ist, Führungsspieler zu finden. Man braucht ne Achse, um ne klare Struktur zu haben und dann auch Automatismen zu entwickeln. Es laufen einige Verträge 2025 aus. Zum Beispiel von Joshua Kimmich. Ob er noch Bock auf die Bayern hat? Nach dieser ganzen Kritik, sowohl intern als auch extern, ganz ehrlich, da bin ich skeptisch, denn da geht's mal wieder um Wertschätzung. Thomas Müller und Manuel Neuer sind im Herbst ihrer Karriere. Sie könnten sie dann beenden. Sollten die drei wirklich wegbrechen, wäre das ein großes Risiko. Gleichzeitig aber auch irgendwie ne Chance. Ein Vorteil ist, es würde sich ne komplett neue Hierarchie entwickeln. Die jüngeren Spieler könnten aus dem Schatten treten. Jamal Musiala hat schon gesagt, dass er zwar nicht so laut auf dem Platz ist, er will aber mit Leistung die anderen pushen. Er will ein Leader, er will ein Führungsspieler werden. Negativ ist, ja, es gibt kaum starke Charaktere im Kader. Oder wenn ja, wo sind die? Ich seh sie zumindest nicht. Man muss den Verein kennen. Dieses Mirs an mir ist ja nicht nur ne blöde Floskel. Man muss es leben. Und Identifikation ist wichtig. Das muss man vorleben vor allem. Also, wie man's dreht und wendet, es braucht nen ganz klaren Plan, wie diese menschliche Lücke geschlossen werden soll. Und ich seh schon die Gefahr, dass der FC Bayern dann führungslos sein wird. Punkt zwei ist die Kaderbreite. Die Bayern müssen das Konzept überdenken, so dünn aufgestellt zu sein. Als Notlösung sind ja jetzt eh schon Spezialisten verpflichtet worden, die nicht polyvalent sind. Eric Dyer als Innenverteidiger, Sascha Bowie als Rechtsverteidiger und Brian Zaragoza als Linksaußen. Der Vorteil ist, sie haben ein ganz klares Profil, ihre Rollen sind definiert und davon werden sie nicht abweichen. Du hast jetzt erst mal Kontinuität auf dem Rasen und die Leute werden nicht hin und her geschoben die ganze Zeit. Negativ ist, wenn alle Positionen doppelt besetzt sind, ist der Kader riesig, man wird schnell unzufrieden und dann ist in der Kabine ne schlechte Stimmung. Mit ihnen, den Neuzugängen, hat man jetzt die Schwächen im Kader ausgebessert, das ist schon mal eine positive Sache. Und Zaragoza bzw. Bowie sind ja sowieso Perspektivtransfers. Und Punkt drei, der Spielstil. Für was für eine Art Fußball will man stehen? Der FC Bayern hat ja normalerweise eine offensive Denkweise und will so Dominanz ausstrahlen. Dafür braucht man den passenden Trainer. Und ob das Tuchel ist? Hm, ich bin da auch skeptisch. Die große Stärke von Bayern ist ja eigentlich in den Topspielen abzuliefern. Da zeigt man diese Mir-San-mir-Mentalität. In der Vorsaison, beispielsweise in der Champions League. PSG wurde zerlegt. Daheim war das echt eine Machtdemonstration. Unter anderem dank Josep Stanisic, der Mbappé auf dem Flügel voll im Griff hatte. Da gab's noch die Chance, das Triple zu gewinnen. Und trotzdem wurde Nagelsmann rausgeworfen. Jetzt ist Tuchel da und die Stärke ist komplett weg. Woran liegt das? Gegen Lazio Rom im Achtelfinale droht man jetzt schon rauszufliegen. Seine taktische Idee, beziehungsweise diese defensive Denkweise, passen nicht zu den Stärken der Spieler. Sie sind in diesem Gerüst gefangen. Mit klaren Rollen und Aufgaben. Dadurch wirkt's dann schnell statisch. Den Tiefpunkt hat's gegen Bayer Leverkusen gegeben. Da waren sie systematisch chancenlos. Und das sollte doch alle aufhecken. Das ist auch zum Teil passiert. Gegen Lazio sah's besser aus. Man hat sich nicht mehr an den Gegner angepasst. Und das Pressing war aktiver. Es war auch höher. Von daher jetzt mal die Frage an euch. Thomas Tuchel und der FC Bayern, ist das noch zu retten? Kann man die Kurve kriegen? Ja oder nein? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Am Anfang hab ich gefragt, naja, ist der FC Bayern untrainierbar? Und so ne klare Antwort gibt's da gar nicht. Es hängt von mehreren Faktoren ab. Punkt eins, der Chefetage. Man setzt auf ne klare Philosophie. Und zwar, dass der Kader unabhängig vom Trainer gebaut wird. Dadurch ist das Standing von ihm automatisch geschwächt. Denn er hat kaum Wunschspieler da, die wegen ihm gekommen sind. So ist dann auch der Impuls, den Trainer zu entlassen, leichter als den Kader auszutauschen. Punkt zwei, die Führungsspieler. Es sind zwar noch einige Stars da, aber bei Weitem nicht mehr so viele wie früher, die auch wirkliche Leader in der Kabine sind. Dadurch ist der ganze Kader geschwächt. Es fehlt die Struktur und man wirkt führungslos. Und Punkt drei ist die Kaderchemie. Er ist nicht homogen zusammengestellt. Einzelne Positionen sind unterbesetzt gewesen. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. Und es gibt zu viele ähnliche Spielertypen. Beispielsweise im zentralen Mittelfeld. Über den Kader ist in den letzten ein, zwei Jahren überhaupt nicht geredet worden. Und das ist aus heutiger Sicht definitiv falsch gewesen. So einen richtigen Umbruch hat's jahrelang nicht gegeben. Nur kleine Anpassungen und jetzt ist die Zeit, das zu ändern. Es braucht einen neuen Impuls. Unabhängig davon, Thomas Tuchel muss auch genau unter die Lupe genommen werden. Beim FC Bayern geht's nicht nur darum, zu gewinnen. Es geht vor allem um die Art und Weise, wie. Trotz der ganzen Probleme ist man ja theoretisch in der Bundesliga voll auf Kurs. Im Vergleich zur Vorsaison sind sieben Punkte mehr auf dem Konto. Dafür ist das Torverhältnis fast identisch. Man hat weniger Tore geschossen und mehr kassiert. Wobei auch das nur minimal. Die Bayern gewinnen jetzt irgendwie die Spiele. Und das auch häufiger. Aber das kann ja nicht der Anspruch sein. Die Kaderplanung ist unrund. Ja, das rettet ihm vorerst den Job. Und trotzdem, Tuchel eckt mit seiner Art an. Beim Team, bei den Bossen. Und das ist ziemlich riskant. Die Ergebnisse haben lange Zeit gestimmt. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Und dadurch wird es sehr schnell unruhig. Es würde mich nicht wundern, wenn man am Ende der Saison einen klaren Cut macht und ihn entlässt. Puh, das sind jetzt meine Gedanken zur Kaderplanung des FC Bayern. Es ist viel. Ihr könnt mir gerne Feedback geben. Was seht ihr genauso, was seht ihr anders? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wie versprochen ist hier das Video zum Trikot-Ranking des FC Bayern. Klickt gerne rein, schreibt auch da eure Favoriten in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsch ich alles Gute, haut rein und ciao.